Hallo, wir sind heute Abend noch mal losgelaufen zum Spaziergang zu machen. Was für ein Datum haben wir? Den 29.12. Und wir haben gefunden, filmst du das? Hier, diese Filze, die sind interessant. Was sind das für Filze? Die Dinger. Wir fänden das auch nicht ein. Auslandseitlinge. Die sind auch ziemlich gesund und sehr schön. Ich habe die ganze Zeit hier am Waldrand. Hier müssen wir gucken, hier am Rand. Die sind wieder gerufen. Oh, die sind hier richtig, wie soll man sagen? Klatschig. Ja, aber auch so vital. Die sind schön. Wie fühlen sie vital an? Ja, die sind auch vital. Du musst besser fahren. Die sind ja alles zusammengemummelt hier. Ganz viele. Voll geil, guck mal, das ist kritisch. Oh, haben wir so viel? Das habe ich gar nicht gesehen von da. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Wie findest du das, Timo? So viel an einem Baum. So, jetzt müssen wir noch da die Sandfußrüblinge gleich sammeln. Ja, wir können auch noch weiter gucken. Vielleicht sind hier noch mehr, weil wo ein Baum mit Filzen ist. Ja, warte mal. Das ist schön zusammengelegt, ne? Bis zum nächsten Mal.